Wir haben nicht das Ergebnis bekommen, das wir wollten, aber wir haben ein paar gute Beispiele gezeigt in der zweiten Halbzeit. Was denkst du von der Spiel? Ja, natürlich. Wenn du neunmal in der Reihe gewinnt, wollen wir es nicht stoppen. Aber heute wissen wir, dass es ein schwieriges Spiel ist. In den ersten 20 Minuten war der Segret gut, der Segret agressiv war und sie haben das Ziel gemacht. In dieser Zeit, wir können nicht den D-pass stoppen. Wir sind nicht weit entfernt. Ich glaube, es war ein bisschen in der Mitte. Wir haben das Ziel. Aber den Rest des Spiels waren wir aggressiv. Wir kamen und haben das Ziel. Vor der Halbzeit und in der zweiten Halbzeit hatten wir viele Positionen. Aber Segret war sehr gut, sehr gut. Wir haben eine Lösung gefunden. Wir haben zwei oder drei große Chancen gefunden. Und das Ziel ist auch wichtig. Wir wollen, dass wir gewinnen. Wir haben es nicht gemacht, aber nichts passiert. Ich glaube, nur ein Punkt. Weil die Schöcke verloren hat. Alles ist okay. Was denkst du, dass du unsere Antwort auf das Ziel geht? Ich denke, dass die Mentalität gut ist. Wir haben sie auch schon vorhin. Sie sind stark, sie glauben in sich selbst. Sie können es auch vor dem Ziel sehen, dass wir spielen. Und es ist schwer zu finden. Wir haben sie gefunden. Wir haben eine gute Schöcke. Ich denke, dass wir keine Schöcke haben. Ich denke, dass wir eine Schöcke haben oder nicht. Natürlich ist es besser, dass wir die erste Schöcke haben. Aber in diesem Spiel haben wir das gemacht. Aber ich bin sehr froh, dass wir die Schöcke haben. Und wie der Team das zurückkommt. Du hast Bucky aufgerüstiert und die Bognerov getötet, Ist es auch ein Problem mit ihrer Gesundheit? Ja, ich weiß nicht genau, was es ist. Bucky hatte einige Probleme in seinem Kaffee, Buggers waren die gleiche, sie wollen morgen zum Doktor gehen. Das ist der Grund für die Veränderungen. Ich hoffe, dass sie beide spielen können, aber wir sehen, dass wir morgen ein Ergebnis haben. Was denkst du über das Stadion und die Atmosphäre? Ein wunderbarer Stadion. Ich weiß nicht, wie viele Leute da sind, aber es ist ein wunderbarer Stadion. Ich mag es. Das ist Fußball. Die Leute spielen Fußball und es ist schön. Es ist sehr schön. Wir haben nur zwei Tage zu resten. Was müssen wir gegen Dürer ändern? Es ist leicht zu fragen, aber wir müssen ein unterschiedliches Spiel. Dürer ist eine sehr gute Qualität. In den letzten Spielern haben sie nicht gespielt, aber sie hatten viele Möglichkeiten. wie sie gespielt haben. Es ist ein nächster Spieler aus der Liga. Wir müssen uns vorbereiten, analysieren Video für Dürer. Aber das ist wichtig, dass wir eine Regeneration machen müssen. Dann sehen wir, welche ersten 11 starten wird in Dürer. 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 Dürer.